Mit der Kritik von Vlado Stenzel befasse ich mich nicht, insbesondere nicht mit der jetzt gerade passend zum Bundestag wieder hervorgeholten allgemeinen Beschimpfung, Inzucht zwischen wem. Man milft mir vieles vor, aber bestimmt nicht, dass ich in dieser Richtung hier irgendwie den DAB unterwandert hätte. Wo sitzen die Leute? Der Einzige, zu denen ich persönliche Beziehungen seit Kind an habe, ist Heiner Brand. Und das hat mir bisher niemand vorgeworfen, dass ich da immer mich vereingesetzt habe, dass Heiner Brand in die verantwortliche Position des DAB kam. Das Wichtigste ist, dass er den Weg, den er jetzt begonnen hat, nämlich hier eine Balance zwischen den drei entscheidenden Kräften im Handball herbeizuführen, dass er dieses Ziel immer im Auge hat. Einmal die Führung des DAB, das Präsidium, dann die Liga, die beiden Liga. Vereine und die Landesverbände. Wenn das klappt, insbesondere wenn es gelingt, bei der IAF endlich verbindliche Regelungen hinsichtlich der Verteilung der Vermarktungserlöse zu erreichen, dann stehe ich hundertprozentig hinter dieser Weltmeisterschaft. Und wenn ich da noch kann, bin ich auch in erster Reihe unter den Anhängern. Musik 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 Musik